hallo und herzlich willkommen zu neuen patch news von axel and the wolf der patch 218 ist draußen 218 und ja fangen wir gleich an was hat neues gegeben natürlich gab es wieder diverse fehler patches ja die fehler wurden gefixt und so weiter und so weiter aber was ist am interessantesten ich finde am interessantesten ist der neue dino der dazugekommen ist und dann ist er jetzt kommt der zungenbrecher hier heißt er kurz kultus kürzer kürzer ja der kürzer kürzer genauso heißt er er ist dazu gekommen und das sind riesen flugsaurier also ist relativ groß auf dem lässt sich auch so ein sattel mit einer plattform anbringen wie auf dem bronto und den könnte als transportmittel benutzen da steht zum massentransport von menschen und dinos geeignet ja was das jetzt genau bedeutet weiß ich nicht wie welche tragkraft er hat ob er tatsächlich ein mammut oder mehrere mammuts darauf stellen könnt könnt ihr bestimmt ist die frage was er für eine tragkraft hat und der soll auf bergen beheimatet sein so jetzt habe ich mir extra hier den blitz vom hummerlinchen ausgeliehen der ist echt flott unterwegs und ich bin auch schon den ganzen tag rum geflogen aber ich habe keinen von den fischern gesehen ja ich weiß nicht wo er sein soll auf bergen meinen auf berg spitzen beheimatet ja ich bin auf einer berg spitze chef und ich war schon auf vielen anderen berg spitzen und nirgendwo kann ich den depperten vogel finden das ärgert mich ein bisschen ich würde euch ja wenigstens gerne mal zeigen wenn ich schon nicht gezähmt habe also ein bisschen nervig ja okay dann fliege einfach mal weiter zum nächsten berg dicke wolke ja der ist ziemlich flott unterwegs ist immer flott da da kann ich euch noch die anderen änderungen erzählen so es gibt eine option jetzt beim floß wo man das standardsegel entfernen kann weil ja viele haben darauf ja ganze häuser gebaut sonst sich da steht nur dieses doofe segel im weg ja bringt also an für sich nicht viel das segel ist nur am anfang schön und danach einfach nur nervig so dann gibt es ihr könnt auf stühlen und bänken sitzen das jetzt fraglich ob das funktioniert jetzt vielleicht mit dem patch 218 1 mit dem 218 direkt hat es noch nicht funktioniert habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausprobiert aber könnt ihr selber testen ja testet wenn er stühle und bänke habt wir haben nämlich keine da können wir auch schlecht ausprobieren ok neueste änderungen aufzüge können nun abgeschlossen werden mit einem pin code versehen werden ja ist ja auch gut ne wenn man aufzug für die base benutzt dann sollte man den auch abschließen können so ja das ist eine bergspitze man hier ist nothing beheimatet eine große aussichtsplattform schön schön jetzt ist ja wirklich ärgerlich aber ist nichts zu machen schnappen uns jetzt noch die nächst größere ruckel ruckel hässliches haus wie so eine mitte geteilt und dann auch noch ungleichmäßig furchtbar so gut geschmackssache über geschmack lässt sich streiten lässt sich nicht streiten genau so okay da fliege ich mal zum nebelberg und hoffe dass da einer zu finden ist so machen wir weiter im text sarkos also die krokodile schwimmen nun in flachen gewässern dies macht sie zu schnellen und tödlichen sumpf kreaturen naja so ein sarko ich weiß nicht bisher hat er mich nicht vom hocker gehauen war er nie te wenn man ehrlich ist der konnte nicht so besonders viel bisschen schwimmen kann er ok aber einen beschissenen wende radios hat er und naja mal gespannt ob er jetzt wenn er zum flachen gewässer schnell und tödlich wenn man wenn wir mal sehen aber ich glaube von kaum hat er zu riesen gefahr wird so nächster punkt karakter hüpfen jetzt nicht mehr wenn sie die wasseroberfläche erreichen war wohl ein bug wenn ihr aufgetaucht zeit ist erst mal aus dem wasser gehüpft hat jetzt auch erledigt so jetzt sind wir jetzt muss erst mal zwischen landen sonst habe ich gleich keinen keinen saft mehr hat man kurze pause häuschen einlegen ich könnte auch an für sich ein pelzjacke ausziehen hier ist ja nicht mehr so kalt ja ok dann was gibt es sonst noch neues status änderung von nahrung und wasser beim freier chicken und wat kalien soup wurde ausgetauscht das ist jetzt richtig das war vorher falsch da war genau vertauscht die beiden sachen ja die beiden suppen essen war doch immer dieses food die eigenschaften waren vertauscht wie sie beschrieben waren und jetzt wurde richtig gestellt so und ich sehe überall fluggeier jetzt sehe ich gar nichts gegen die sonne nicht dass es zu viele alle tages hier rumfliegen oder die den den großen vogel da ich immer kaputt gemacht haben der so groß sein schnell und langsam nicht schnell quatsch groß und langsam ja auch verdammt noch mal ich finde keinen tja leute ist die stoff wenn ich euch zeigen will und findet den nicht ja er kann schon zu den kleinen ist eine bergspitze da mit dem see drinnen liegen wir mal hin das hatten sie oder bis dann war wandel da ist kein see ist quatsch ist quatsch hat sich gerade erledigt mit dem see da hinten ist noch ein berg gabi flattert noch weiter durch die gegend erzählt euch dann weiter klamotten aggressive flugwesen wandern bevor sie angreifen nicht mehr zu einem zufälligen punkt also wenn er dann den agent als angebot hat von unten ist er erstmal zu irgendeinem punkt geflogen und dann hat er euch angegriffen macht er jetzt nicht mehr jetzt greifen sowohl direkt an ja dann das holoskop kann nun auf die fabricated pistol angebracht werden ja weil auch immer das heißen mag ja weiß ich nicht genau über die im fabrikator hergestellte pistole könnte jetzt sind ein visier drauf machen anscheinend da ist der see ja eine bergspitze ist das ja nicht wie man mal weiter ruckel ruckel jetzt kommt eine riesenbase haben die einmal beim nachbar gucken die welche haben ich kann sogar in die hütte gucken hat auch keiner drin da fliegen wir mal weiter vielleicht schaffen wir ja noch tatsächlich einen zu finden aber gibt es nicht bin schon den ganzen morgen rum geflogen und war nix naja nützt alle nix so und spieler und dino level wurde zusätzlich um drei erhöht so das waren die größten änderungen was ich noch gefunden habe dieser riesenaffe mega nicht noch irgendwas der king kong sage ich mal ein weiß sollte ja auch wieder sollte jetzt auch endgegner sein quasi ja wie die brutmutter deswegen steht ja auch im patch aber haben sie wo wieder rausgenommen weiß nicht auch guck mal in alpha hallo nein 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 du nicht den schönen blitz kaputt machen dann humor linchen sehr böse level 198 flugsaurier das ist aber wenn der kaputt geht das machen wir nicht dann war viel arbeit und kriege ich mecker und zwar mit recht so server performance wurde um 15 prozent erhöht und das rubber banding flackele kamera auf sattel plattform wurde reduziert dann noch ein paar server dinge aber die interessieren ja die wenigsten von euch könnt ihr selber nachlesen edge so dann gibt es noch was neues ja heute mittag um 14 uhr zeige ich euch ein noch ein arg video zum thema tribe wars hier chris play werdet ihr dann genauer sehen was ich dazu anmerken will in dem video sag ich ich habe das schon gedreht warum habe ich noch nicht reingestellt kann ich direkt sagen weil ich mit dem christ hat gleichzeitig reinstellen wollte und er hat gesagt hier 14 uhr und dann machen wir doch so wie vereinbart jawohl ich halte mich an die befehle macht man war gleichzeitig veröffentlichen so da kommt ein video vor auf euch zu und das ist hoch interessant geht auch um pvp server weil der so auf die beine gestellt hat ja kann ich euch nur zu raten und in dem video sag ich dass wir da nicht daran teilnehmen werden und ich habe mich in der zwischenzeit mit den rest von unserer helmelings bande kurz geschlossen und sage jawohl wir nehmen dann druck daran teil das bedeutet demnächst wieder demnächst bald sofort quasi täglich neue arg videos wir fangen auf dem pvp server neue an wir werden da mit kämpfen mit fighten eine neue base aus dem boden stampfen müssen neu anfangen zu leveln logisch und ja das wird höchsten maße interessant endlich pvp da freue ich mich drauf auf jeden fall wird mit sich ein hoch und sich wird ein hochgenuss wie wir da rum verhalten werden ich kann euch viele gemeinheiten versprechen und uns werden bestimmt auch viele gemeinheiten angetan gerade weil ich mitspiele wollen bestimmt viele den helm ärgern weil dann irgendwann im video kommt ja dem kann ich euch jetzt schon mal sagen wird nicht so sein ich werde nicht die leute belohnen und immer alles zeigen was sie kaputt gemacht haben nur sonst ist das ja dauerhaft so deswegen möchte ich nicht machen ja aber ja das war es an für sich ich fliege noch jemand in den nebel rein und guck ob der hier ist vielleicht haben wir ja glück ruckel die ruckel na komm dann nenne ich doch mal ein berggipfel und wie ist das hässliche haus wieder bist du gespawnt du blödes vieh ist er nicht ja da kann man nichts machen ist nicht da tut mir leid ich kann euch den dämlichen flieger nicht zeigen ist zwar ärgerlich ist aber so okay ja dann ich verweise jetzt schon auf den auf das video um 14 uhr manche von euch die werden jetzt schon sehen können ja bald wieder arg videos mit helmen auf dem pvp server wird 100 prozent sehr interessant seid dabei schaltet wieder ein in diesem sinne bis zum nächsten mal habe die herde tschüss